Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.tv. Mein Name ist Jens Rabe. Heute beschäftigen wir uns mit der spannenden Frage, was eigentlich ein direktionaler Trade ist und was ein non-direktionaler Trade ist. Wir machen das an einem ganz konkreten Beispiel fest, nämlich an einem Short-Call auf den SVXY. Was das genau ist, darum geht es jetzt hier im Video. In den letzten Tagen hatten wir hier auf dem Kanal ein Video veröffentlicht, wo es darum ging, wann ich den VXX und wann ich den UVXY handle. Ich mache euch hier mal noch einen Link zu diesem Video mit rein. Das heißt also, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut euch dieses Video gerne noch einmal an. In den Kommentaren zu diesem Video wurde ich dann gefragt oder wurde geschrieben, Mensch Jens, verstehe ich, alles klar, aber warum habt ihr denn dann gerade bei der doch relativ niedrigen Volatilität einen Short-Call auf den SVXY geschrieben? Eigentlich doch genau gegensätzlich zu dem, was du da gesagt hast. Also Long-Volatilität gehen, habe ich gesagt, wollen wir nicht, sondern wir wollen eher darauf setzen, dass eben die Vola, wenn sie hoch ist, sich wieder abbaut und eben nicht auf das Ansteigen setzen. Jetzt muss ich vielleicht am Anfang ganz kurz erklären, was ist denn der SVXY? Ich zeige euch mal hier einen Chart dazu. Der SVXY ist ein ETN, der die inverse Entwicklung des S&P 500 WIX Short-Term-Future-Index darstellt, und zwar die inverse Entwicklung. Ich muss mal überlegen, S&P 500 WIX Short-Term-Future-Index. Was ist das überhaupt? Also der Volatilitäts-Index oder Volatilitäts-Future-Index ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass gesagt wird, okay, was wäre denn, wenn man immer die ersten beiden Volatilitäts-Futures Long geht und die dann immer rollt? Ihr wisst, das wird versucht mit dem VXX abzubilden, und der SVXY ist quasi das Umgekehrte, also das Inverse. Es wäre also so, als würde man die ersten beiden Volatilitäts-Futures immer Short gehen. Das bedeutet, wann steigt der SVXY? Immer, wenn die Volatilität fällt oder gleich bleibt. Wann fällt er? Immer, wenn die Volatilität ansteigt. Jetzt haben wir bei uns im Börsendienstoptionsstrategien, der immer mittwochs erscheint, haben wir, und auch zum Beispiel in den Coaching-Konten, haben wir in den letzten Wochen immer mal wieder Trades auf den SVXY gemacht. Unter anderem haben wir eben da zuletzt einen Short-Call empfohlen. Die ganz konkrete Frage war jetzt, wir sagen ja, wir wollen nicht die Volatilität Long gehen. Jetzt wird gesagt, jetzt geht er doch auch mit einem Short-Call. Geht ihr doch die Volatilität Long? Da muss ich vielleicht nochmal an den Punkt kommen, was ist ein Direktionaler und was ist ein Nondirektionaler Trade? Habt ihr vielleicht ganz am Anfang schon gehört, als wir im Basiskurs darüber gesprochen haben oder vielleicht auch in früheren Videos? Lasst uns das nochmal anhand der Volatilität machen. Stell dir mal vor, du erwartest, dass die Volatilität steigt und du möchtest das mit einem Direktionalen Trade umsetzen, was machst du dann? Da gibt es im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber drei fallen wir jetzt sofort ein, was du machen könntest. Nämlich Nummer eins, du gehst Long in einem Volatilitäts-Future. Du willst Long Volatilität gehen, also gehst du Long im Volatilitäts-Future. Du könntest auch sagen, du gehst Long im VXX. Dieses ETF, ihr wisst, hat ein bisschen Probleme mit den Rollkosten, aber wenn die Volatilität ansteigt, wird der mit ansteigen, also Long VXX. Oder aber, und jetzt kommen wir zum SVXY, du gehst Short im SVXY und zwar du setzt darauf, dass er fällt. Das wäre ein Direktionaler Trade. Warum heißt das Direktionaler Trade? Das heißt deswegen so, weil dein Gewinn nur dann eintritt, wenn sich das Underlying tatsächlich direkt in eine Richtung bewegt. Das heißt, du bist Long im Volatilitäts-Future, dann muss der steigen, damit du Geld verdienst. Du bist Long im VXX, dann muss der steigen, damit du Geld verdienst. Du bist Short im SVXY, dann muss er fallen, damit du Geld verdienst. Das wäre ein Direktionaler Trade. Jetzt haben wir allerdings einen Call auf den SVXY verkauft und das ist ein non-direktionaler Trade. Ja, dieser Trade profitiert davon, wenn die Volatilität steigt, weil dann wird ja der SVXY nach unten gehen und wir profitieren. Aber, und das zeige ich euch jetzt mal hier in diesem zweiten Chart. Das ist nochmal der SVXY und ihr seht es aber mal, wie können wir denn profitieren mit einem non-direktionalen Trade? Wir können natürlich ganz klar, genau wie in einem direktionalen Trade, profitieren, wenn der SVXY fällt. Du hast oberhalb einen Call geschrieben, das Ding geht nach unten weg. Bingo, du verdienst Geld. Aber würdest du denn nicht auch Geld verdienen, wenn der SVXY seitwärts läuft, würdest du über den Zeitwertverlust. Das heißt, über den Zeitwertverlust, auch da würdest du Geld verdienen und wenn sich vielleicht sogar die Volatilität ein bisschen abbaut, würdest du Geld verdienen. Also die Volatilität der SVXY-Option. Dritter Punkt, wie würdest du noch Geld verdienen? Der darf ja sogar ansteigen. Also wenn du den Short bist und er steigt an, verlierst du Geld. Wenn du aber einen Call darüber geschrieben hast, einen non-direktionalen Trade gemacht hast, dann darf der sogar leicht ansteigen und du wirst immer noch Geld verdienen. Warum? Zeitwertverlust. Und der einzige Fall, wo du kein Geld verdienen wirst, ist, wenn er sehr steil und sehr schnell ansteigen wird, dann kommst du mit einer Short-Call-Position in die Bredouille. Das heißt also, es gibt lediglich von vier Möglichkeiten, gibt es lediglich eine, die dafür sorgt, dass du verlierst, aber wie soll ich es jetzt zeigen? So. Aber drei, wo du gewinnst. Und das ist immer der Vorteil von non-direktionalen Strategien. Es gibt mehr Chancen zu gewinnen, von der Richtung her als Chancen oder Risiken zu verlieren. Natürlich, wenn du direktional handelst, du bist SVXY Short und jetzt fällt dir 50 Prozent, dann machst du den großen Reibach, dann verdienst du richtig gut. Das ist Check-Bot-Denken. Nicht verkehrt, aber nicht unser Ding. Wir dagegen sagen, Prämie verkaufen, relativ sicher diese Prämie kassieren in drei von vier Fällen und uns nur um das kümmern, was wir können, nämlich das Managen von Positionen. Und deswegen bevorzugen wir eben hier beim Optionsverkauf hauptsächlich non-direktionale Strategien. Und das ist mit allem anderen auch so. Jetzt war es ja mal konkret am SVXY. Aber auch wenn wir einen Put auf eine Aktie schreiben, ist genau das Gleiche. Natürlich erwarten wir, dass die Aktie steigt. Deswegen schreiben wir diesen Put. Aber es muss nicht zwingend passieren, damit wir Geld verdienen. Die darf seitwärts laufen, die darf leicht fallen. Sie darf eben bloß nicht dramatisch fallen. Das ist schlecht für unseren Put. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr versucht, selber Strategien einzuschätzen, wenn ihr euch so etwas anschaut, dass ihr dann immer schaut, Mensch, ist das jetzt ein direktionaler Trade? Das heißt, muss sich das Underlaying tatsächlich genau in die Richtung bewegen, die ich erwarte? Oder ist es ein non-direktionaler Trade? Kann die also sich in mehr Richtung bewegen, das Underlaying? Der sich in mehr Richtung bewegen, das Underlaying. Das darf sich das in mehr Richtung bewegen. Jetzt haben wir es. Und habe ich dann immer noch die Chance, trotzdem Geld zu verdienen? Also ganz wichtig, unterscheiden. Nondirektional. Direktional sind unterschiedliche Arten von Trading. Wir hier beim Verkauf von Optionen bevorzugen nondirektionale Strategien. Und das eben hier am Beispiel des SVXY einmal erklärt. So, jetzt bin ich wieder auf eure Fragen, Anregungen, Kommentare gespannt. Ihr seht, wenn es eine interessante Frage ist, die viele betrifft, dann schreibt die mir einfach mit dazu oder was euch auch persönlich interessiert. Und dann greife ich das auch sehr schnell auf und beantworte das hier mit im Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst hier wieder zum nächsten Video sehen. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.